Wenn man nicht weiß, wo das eine Gefühl aufhört. Was ist denn passiert? Ach, ich bin nur in der Wasserflasche kaputt gegangen. Wir müssen dann auch langsam los. Beide pitschnass geworden. Ah, Ben! Hi, Harald. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wie läuft's an der Schule? Alles super. Danke. Schön. Du, ich bräuchte mal deinen Fachmännischen Rat als Polizist. Ja. 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 Ja.